Grüß Gott, meine Damen und Herren. Wir sind wieder unterwegs im Rahmen der Gesundheit. Und zwar stellen wir euch heute den Age-1-Saft von Herr Juna vor. Ich habe ihn hier vor mir. Wir Damen werden ein paar Erfahrungsberichten, die wir in den letzten zwei Jahren sammeln durften, von uns persönlich, aber auch von unseren Familienmitgliedern oder Freunden, wie dieser Age-1-Saft auf uns gewirkt hat. Dieser Saft, den gibt es in der Flasche. Die Flasche muss in den Kühlschrank oder, wie die Daniela gleich zeigen wird, im Sachet für unterwegs. Die Flasche enthält der Hauptbestandteil ist Aronia-Muttersaft. Das heißt, nicht nur ein gepresster Aronia-Saft, so wie er im Handel auch erhältlich ist, sondern gemust. Das heißt, ich habe auch die Schale dabei und damit habe ich einen ganz hohen OPC-Gehalt, der uns ganz viel Vitalität, Energie gibt. Gute Regeneration, dass auch die Sportler nutzen können und Ausdauer. Er hat auch 37 Hildegard von Bingenkräuter. Wir wissen ja, dass unsere Nahrung fast keine Bitterstoffe mehr hat. Es herausgezüchtet wird, damit es einfach bekömmlicher und leichter zu essen ist. Wir brauchen aber die Bitterstoffe für unsere Leber zum Entgiften. Und wir haben auch ganz viel, wir werden es dann gleich hören, Meeresmineralien drinnen, alle B-Vitamine. Und ich möchte jetzt gleich einmal die Daniela bitten, die nach der Ringwald-Methode Therapeutin ist und auch den Saft schon zwei Jahre kennt, so circa. Du hast dich ausgeschaltet. Circa eineinhalb Jahre. Eineinhalb Jahre, sehr gut. Kannst du ein bisschen was sagen, wie dich der Saft, deine Erfahrungsberichte? Ja, sehr gern. Also circa zwei Monate nach Beginn der Einnahme stellte ich fest, also schon früher eigentlich, dass die Schlafqualität, also die Durchschlachtqualität um vieles besser geworden ist. Davor bin ich immer wieder aufgewacht, vor allem so um zwei Uhr, drei Uhr in der Früh zur Leberzeit, nach der Organuhr. Und das ist wirklich dann viel, viel besser, ist viel seltener geworden, dass ich aufwache. Jetzt schlafe ich einfach durch. Und was ich dann in weiterer Folge, also noch ein halbes Jahr ungefähr bemerkt habe, war, dass mein Haarausfall, der sehr lange schon gewesen ist und ich nicht gewusst habe, was ich noch machen kann, also der ist dann auf einmal verschwunden, also so nach und nach weggegangen. Und meine Fingernägel sind viel fester geworden. Also die sind jetzt auch ganz stabil, die waren früher so brüchig und rissig. Also das ist wirklich, wo ich fühle mich, wie hochwertig der Saft ist. Einfach eine hohe Bio-Verfügbarkeit, weil flüssig. Daniela, Roswitha, dein Input für unseren Age-1-Saft? Also ich kann dazu mal auch, persönlich ist mir das jetzt auch eingefallen, mein Schlaf ist insofern, wie die Daniela gesagt hat, viel besser geworden, weil ich bin früher auch immer einmal lustig aufstehen. Das ist jetzt nahezu überhaupt nicht mehr gegeben. Und dann möchte ich noch das Vitamin B12 hervorheben. Das ist ja, wir haben ja in dem Age-1 alle B-Vitamine, neben zahlreichen anderen noch. Aber B12 ist speziell, wenn ich Veganer bin, ist das was ganz Wesentliches, dass ich das zu mir nehme in einer bescheiden Dosis. Und das bietet unser Age-1-Saft hervorragend. Das heißt, er ist für alle Veganer, Vegetarier wunderbar geeignet. Super, danke, Roswitha. Sandra, was kannst du aus dem Waldviertel berichten? Ich kann mich dem Ganzen nur anschließen. Und dadurch, dass ich vegetarisch oder wenn es geht, vegan bin, danke Roswitha, ja. Und zusätzlich bei mir war es immer so, dass ich einen Eisenmangel hatte, eben durch eine Krankheit, wo doch mehr Blutverlust ist und das zu stabilisieren ist sehr schwierig. Dadurch bist du sehr, sehr müde und überhaupt nicht vital. Und seit dem Saft hält sich das stabil. Man merkt auch gleich wieder viel mehr Elan. Und ja, das ist einfach großartig. Ja, danke, Sandra. Kann ich auch bestätigen von Klientinnen, dass es braucht länger, weil hier in diesem Saft habe ich drinnen viel von wenig. Und diese kleine Dosis jeden Tag, 20 Milliliter mehr braucht man nicht. Die kleine Dosis ermöglicht den Körper viel schneller, viel tiefer, viel effektiver alles einzubauen. Ja. Und damit passt es, dass plötzlich noch sieben Monate Eisenmangel weg ist, wo man vorher vielleicht sogar Injektionen brauchte, weil man die Eisendepots nicht halten konnte. Das sind Kräuter. Das ist einfach Wirkung von Natur auf den Körper. Und darum sind wir so begeistert. Uli, was hast du uns noch zu sagen? Ja, also ich kann nur sagen, ich nehme es jetzt über ein Jahr circa. Und ja, meine Haut ist viel weicher geworden, nicht mehr so trocken. Und meine Nägeln sind auch sehr viel fester. Es sind ja sehr viele Meeresmineralien drinnen. Das hat ja die Karin eh schon erwähnt. Und die sind einfach bioverfügbar für unsere Zellen. Die kann die Zelle besser aufnehmen. Und ja, da hat man viel mehr Erfolg, als wenn man einzeln nimmt. So wie du sagst, in kleinen Dosen. Das macht es dann aus. Ja, und weil es nur 20 Milliliter sind. Ja, das kann ich. Und damit habe ich die Grundversorgung, die Zellgrundversorgung gewährleistet. Es gibt noch ein, das sind alle wasserlöslichen Vitamine drinnen. Die fettlöslichen haben wir extra in einer Bibette in Kombination mit Vitamin D und Omega 3, was natürlich genial ist. Aber wir wollten nur einen kleinen Input liefern. Wie immer findet ihr die Informationen, wo ihr die Produkte, die Hayuna-Produkte und im Speziellen diesen Age-One-Saft erhalten könnt. Unterhalb. Wir alle sind unterhalb angeführt. Und wir informieren dich gerne weiter, wenn du was brauchst. Alles Liebe.